So, jetzt schauen wir uns noch hier die vier Silberstollen an. Das ist, hier sieht man schon die Halde, da unten mit dem Eingang und da hinten noch eine große Halde und dann wird der ist zu, dann müssten die zwei offen sein und dahinter sind dann auch noch ein, zwei, die so sind. Schauen wir uns alle an. Jetzt sieht man auch die kleine Halder. Der ist richtig zu. Das wird zu viel von oben nachgerutscht sein. Auch glaube ich, dass der eher relativ klein ist, wenn man sich die Halde anschaut. Gut, dann schauen wir mal. Tschüss. Ihr kommt nochаться an. hr